Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Voxeltycoon. So, wir machen mal lieber den Bulldozer aus. Ich habe da eine böse Geschichte voller Missverständ... Warte, ich seh ihn jetzt wieder. Ah, weißt du was? Komm. Das ist mir jetzt zu doof hier. Das kann ja alles nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, so in der letzten Folge haben wir dieses große Problem gelöst, dass hier irgendwie die Sachen nicht ankommen. Ja. Essig war's. Essig war's. So, pass auf. Jetzt brauchen wir nämlich eine Lösung für beide Bänder, die wie folgt aussieht. Es geht hier so hin. Und von hier eine Abzweigung an das Band. So. Sonst weiß ich es auch nicht mehr. Der läuft voll. Und jetzt müsste der gleich wieder voll laufen. Eventuell haben wir noch zu wenig Träger. Und dann sollte langsam aber sicher auch wieder eine Gewinnzone fahren, weil Gebäude kosten ja auch Geld. Und jetzt haben wir das eigentlich relativ gut aufgedröselt. Wobei das hier wahrscheinlich schon... Wenn wir jetzt nur ein Fahrzeug nochmal dazu holen, wird das wahrscheinlich auch schon wieder eng. So, wir schauen mal. Nachfrage. Ist ja praktisch. Man kann die ganze Stadt angucken. Hä? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ah, hier. So, äh, Holzträger könnten wir sogar noch mehr liefern. Eisen sieht ganz gut aus. Das heißt, ich würde in der Tat hier Holzträgerproduktion wahrscheinlich nochmal ein bisschen hochschrauben. Wir schauen mal in den anderen Städten. Wir hatten ja aber letztes Mal auch hier begonnen, Joachimsthal zu beliefern mit den Eisenbarren. Und da sehen wir, da können wir noch ein bisschen ausbauen. Da würde ich jetzt nochmal ein, zwei Fahrzeuge zusätzlich holen. Eventuell müssen wir auch die Eisenbarrenproduktion ausbauen. Beziehungsweise den Kohleantransport. Da ist das richtige Auto, was wir klonen müssen. Dann machen wir das mal. Einmal gruppieren. Wie viel sollen wir dann nehmen? Nehmen wir nochmal zwei, oder? So, jetzt kommt also diese ganze Optimierung im Detail, bevor wir dann endlich dazu kommen, hier die Forschung abzuschließen und so weiter und so weiter. So, das hier läuft jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Also drei Sägewerke sind wahrscheinlich jetzt eh zu viel, ne? Also das heißt, wir könnten hier zumindest das Fahrzeug, was hier die Träger bringt, das hier würde ich nochmal verdoppeln. So. Insgesamt aber zulaufend. Gut, das zweite Problem, was wir wahrscheinlich haben werden, solange so sicher ist, ist die Eisenfertigung. Weil wir immer mehr Eisen abholen. Und ihr seht, diese Fabrikation kommt auch nicht hinterher. Die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Aber das wird ja wieder Knobelarbeit. Mit diesen Förderbändern. Weil hier brauchen wir jetzt zwei Sorten Material. Wir müssen uns da mal ein fixes System überlegen. So, wir bauen hier mal zum Beispiel eine Brücke, ja? Ähm... Zwei... Hm... Das ist blöd. Wie kann man das geschickt aufbauen? Mit zwei Materialien. Ähm... Ich überlege mir das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Wir schauen kurz nach der Kohle. Das sieht gut aus. Die wird sogar überliefert. Huch. Huch. Bre... Und Bretter. Da sind noch zwei im Lager. Das ist auch ganz gut. Und wie können wir denn hier... 19. Oktober... Die... Ortschaft Zell hat Großstadt-Niveau erreicht. Das heißt, die wird noch weiter wachsen. Ach du dicke Männer, ihre Freundin. Eieiei. Na gut. So, also wir brauchen eine Lösung. Ich meine, wir spielen so viel Satisfactory. Wir brauchen irgendwie eine Lösung, wie wir diese Förderbänder vernünftig anschließen können. Damit wir hier die Produktion ausbauen. Also, wir haben hier bei diesen Ofen zwei Eingänge, die nicht ganz symmetrisch liegen. Und wir bräuchten... Irgendwie eine Lösung... Wie das eine Förderband über das andere drüber geht. Und das brauche ich nur, um ein Feld zu sein. Also so zum Beispiel. Ist natürlich ziemlich teuer. Und ich würde auch gerne sofort Nägel mit Köppen machen. Pass auf. Zeit anhalten. Abreißen. 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 Ja. Abreißen. Lass uns kurz überlegen. Diese Fabriken. Diese Fabriken. 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 Fabrikenverarbeitung. Es soll auch skalieren. Und so ähnlich wie in Satisfactory, dass wir das dann immer weiter rausbauen können. Mh. Mh. Diese Fabriken können in beide Richtungen funktionieren. Ja. Und ich würde die gerne... so hinbauen, dass wir ein Material von oben runter holen und das andere abführen. Also... Baue ich die mal hier hin. Die erste. So. Dann. Sehr simpel ist die Geschichte hier. Einfach durch. Fertig. So. Die Geschichte hier, das ist die Abführung. Die ist auch relativ simpel. Da werden einfach hier... Die Bänder werden hier durchgeführt und landen dann hier hinten. Und dann von hier gehen die hier hinten rein. Das ist auch sehr simpel. So. Und dieses Band hier geht ein Feld nach oben. Und dann in einem durch hier. Durch ziemlich teuer. Aber wir machen das jetzt erstmal. So. Das ist jetzt auch nicht sehr platzsparend gebaut. Geht das noch enger? Ja. Aber es geht nicht durch den Träger durch. Oh krass. Das hätte ich mir nicht gedacht. Na gut. So. Dann holen wir jeweils. Immer. Für. Den Bau hier. Eins runter. Wir schauen jetzt mal, ob das funktioniert. Sieht aber nicht richtig aus hier. Sieht hier in der Luft. Ah. Verflixt. Jetzt. Hm. Brücken können offenbar nicht abzweigen. Kann das sein? Kann man die denn da ran stecken? Nein. Also in der Luft kann man die nicht verbinden. Also in der Luft kann man die nicht verbinden. mit 1 Höhe. Hallo. Wieso sind jetzt jetzt 2 hoch? 1 hoch bitte. Wieso geht denn der 2 hoch? Wir müssen also immer wieder so eine kleine Brücke bauen, wo es drunter her geht oder so. Oder Gelände auffüllen. Das ist wahrscheinlich einfacher zum legen. Und dann Brücke. Müll runter. Huch. Ja, das wäre schön gewesen. Ich fand es eine tolle Idee. Okay. Aber der will hier sofort herunter. Oder? Okay. So gehts. So gehts. eventuell. Gut. Und wir schauen mal. Ist ja schon ganz mies. So. Eisenbahnen. So. Dann würde ich ganz einfach die zweite Fabrik. so hier hinstellen. So hier hinstellen. Dass die genau das gleiche tut. Nur anders. Hä? So. Ist die gerade zurückgesprungen? Hä? Ist die gerade von alleine zurückgesprungen? Ist doch nicht symmetrisch oder? Heißt. Komm. Ist. Ist egal. Wollen wir jetzt mal vom Prinzip her gucken, dass das geht. So. 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 Werden das hier gar nicht machen brauchen, ne? Jetzt gehts aber nicht mehr weg. Und sieht hässlich aus. Gut. Aber damit hätten wir jetzt. Äh. Ähm. Eisenschmieden. Und damit sollten wir das Problem. Beheben. Wir lassen mal schnell vorlaufen. Dass wir ein Ressourcenengpass haben. Und hier können wir entweder noch eine dritte hinbauen. Im Bunde. Und wir müssen das irgendwo drüber führen, ne? Wir könnten nicht einfach... Ist noch zu wenig. Also noch zu wenig. Also eine dritte können wir noch ohne Probleme bauen. Ich meine, es freut mich ja, dass wir so viel Nachfrage haben, ne? Blüht das Geschäft. Wir gehen mal kurz auf Pause, weil ich mich gerade konzentrieren muss. Ähm. So, pass auf. Drehen wir mal um. Und versuchen das nochmal genauso wie da oben. Also so. Ein bisschen Platz sparen hier, ne? So, dann Kohle. Abzweigen. Eisen. Na gut. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber... So lange es funktioniert. Kohle rein. Und hier... kommen die fertigen Barren raus. Ja. War jetzt ganz schön teuer, aber... die Kohle fehlt. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein, zwei Kohle-LKWs extra bestellen. Und dann war diese Engpass-Krise auch gelöst. Sehr schön. Und vor allem mit Förderbändern. Da bin ich ja sehr stolz drauf. So. Jetzt sollte gucken. Da kommen so wenig Kohle-LKW. Da ist er. Gut. Den wollen wir kopieren. Ich würde sagen, zweimal direkt, oder? Weil wir ja drei Fabriken jetzt hier stehen. So. Ja. Und in der nächsten Folge siehst du dann, wie sich das hier einfädelt. Und ob wir dann endlich die Forschung beenden und weitere Kohle haben für andere Sachen. Weil, ja. Die Forschung könnten wir möglicherweise noch nicht beenden. Und das geht auch gerade sehr stark für unsere Finanzen. Weil wir eben jetzt gerade nicht sehr wirtschaftlich gearbeitet haben. Dadurch, dass hier die Kohle leer ist jetzt gerade, werden wieder weniger Barren hergestellt. Es sind wahrscheinlich leere LKWs gefahren und so weiter. Schauen wir uns an in der nächsten Folge. Bis dann ist gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.